So einen wunderschönen guten Tag an alle. Binzenker Haus steht. Haben wir fertig gebaut. Beste Ecke hier. Baustelle sieht schon aus. Hat die Firma Lorenz gut gemacht. Das kann man gelten lassen hier. Kann man gelten lassen, ja. Das kann man gelten lassen, ja. Das kann man gelten lassen. Das kann man gelten lassen, ja. Das kann mangelenken. Das kann man gelten lassen, ja. Sehr gut. Ich singe. Das ist schlecht. Aber eins haben wir heute schlecht gemacht, wir haben die Werbung von Lorenz vergessen. Hier auch, zwei Träger. Lkw ist noch ein bisschen was übrig geblieben, die Jungs, beste Kolonne. Und da bin ich wieder, also wie gesagt, wünsche euch allen einen schönen Tag, lad heute mal zwei Videos wieder hoch. Hab das Schneiden noch nicht gelernt. Wenn ich das zuschneiden kann, kann ich alles in einem machen. Jungs sagt guten Tag. Und wie gesagt, Dankeschön an die Firma Bisterfeld-Hadja für die Klamotten. Rennen wir noch mit euren Pullis rum, Jungs. Es wird mal Zeit, dass es bei T-Shirts kommt. Obwohl ich zwei Stück zu Hause habe. Ich glaub mal morgen oder so ein T-Shirt mal anziehen von euch. Macht's gut alle. Ciao, ciao. Ciao. Berlin